Hallo Leute, ich bin Don Homer und das ist ein neues Video bei mir auf meinem Kanal. Wenn ihr dieses Video seht, werdet ihr merken, dass ich hier sehr konzentriert bin. Das liegt daran, dass ich in diesem Video sehr stark in Gefechte gerate und diese Versuche zu meistern. Dieses Gameplay ist eines meiner besten Gameplays in PUBG, muss ich ehrlich sagen. Und deshalb würde ich diesem Video oder diesem Gameplay auch ein Video auf YouTube... Ich hoffe, es wird euch gefallen und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Natürlich könnt ihr auch ein Abo dalassen oder mir auf Twitch folgen. Für jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit dem Video. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Hallo, guten Tag Oh Hallo, guten Tag Untertitelung des ZDF, 2020 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 Klappe da drüben, ey. Stört mich hier beim Looten. Das... Komm schon. Dass die was gut rausholen muss. Das ist ein Schiff. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Komm rein, Schuss Was? 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 mal das auto mal das Vielen Dank. 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 Thank you. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you,